Ich denke, dass wir immer die Hoffnung hatten, weil es nicht wirklich nur ein Spiel war, dass wir schlecht gespielt haben. Ich denke, das Schlimmste, das wir gespielt haben, war das Etika, und wir gespielt 3-3, tactisch-weise. Und ich denke, wenn man gewinnt, fühlt man besser, natürlich. Ich denke, dass wir morgen am nächsten Jahr besser genießen können. Aber das Team von dem ersten Spiel bis jetzt, sie spielen gut. Manchmal hatten wir auch viel Glück, das ist der Punkt und nichts anderes. Wir haben ein bisschen die Formation geändert. Wir haben von 4-3 in der Backen geändert. Wir waren 1-0 zurück, und ich wollte das Spiel gewinnen. Das ist der Grund, dass wir die Offensivspieler mehr innen haben. Und dann haben wir 2-1 gewonnen. Das war ein gutes Zeichen für das Team. Aber in der Halftime hat der Gegner auch technisch verändert, und wir haben sich leicht zu entwickeln. Dann habe ich wieder 2-4 in der Backen geändert, und es war leicht. Dann kamen wir zurück, das ist der Grund, dass wir das Spiel gewinnen. Nein, ich blöde nicht auf einem Spieler. Ich denke, es war eine Taktik. Wir waren 1-0 zurück, und ich warte nicht so lange, denn ich habe viele Taktik-Spieler. Das ist deshalb, dass ich schnell verändern muss. Und auch Taktik-Wise ist ein Offensivspieler. Ich hoffe so, ich hoffe so. Er ist einer unserer Teammitglieder, der hat viel Qualität, besonders in den 10 Tagen. Er hat sehr gut trainiert. Er hat viel geholfen, um heute Abend zu sein. Aber ich habe entschieden, nicht zu tun. Aber er kam in die Hälfte und hat eine gute Aktion für Udanta. Das ist seine Qualität. Ich denke, dass er mehr Chance hat, den letzten Pass besser zu geben, und die letzte Entscheidung zu machen. Vielleicht ist er zu viel Teammitglieder. Ein Pass zu Clayton, vielleicht kann er sich selbst enden. Aber es ist Sunil, ein Teammitglieder. Das ist, wie wir in der Training reagieren, und die Team auch auf der Bench reaktieren. Und wenn er kommt, er gibt 100 Prozent. Das ist gut. Die Nachrichten